Na sowas, jetzt kommt mal ein Tiefdruckgebiet auf uns zu, nachdem wir doch in der letzten Zeit eher mit Hochdruckwetter zu tun hatten. Und dieses Tief bringt auch ein bisschen Regen. Da schauen wir mal drauf, was so bis etwa Wochenmitte runterkommt. Wird insbesondere dann im Westen und auch im Südwesten der Fall sein. Und auch ein bisschen im Nordwesten, dass es hier zumindest mal rund 10 Liter Regen auf den Quadratmeter gibt. Meistens ist es aber weniger und im Osten, da kommt ja gar nichts an. Und das da ist dann Tiefnelli, kommt dann am Montag rein. Nacht zu Dienstag verlagert sich das dann Richtung Süden und Südwesten. Dann wird das schon wieder so rausgedrängt. Und dann kommt noch so ein bisschen, ich sag mal so, Gefissel hinterher. Also so ein bisschen Getröpfel, ein bisschen Nieselregen. Am Mittwoch dann ganz ähnlich und in den höheren Lagen der Mittelgebirge und auch in den Alpen kann es dann vielleicht auch mal für zwei, drei Schneeflocken reichen. Heute Nacht sind es aber die Regentropfen, die ankommen und zwar im Nordwesten. Sonst wieder sehr trüb durch Nebel und Hochnebel bei 10 bis minus zwei Grad. Am Montag tagsüber dann eine ziemlich graue Veranstaltung fast überall in Deutschland. Nur in den Bergen scheint die Sonne und dann kommt der Regen auch langsam Richtung Rheinland-Pfalz und Hessen voran. Bei maximal 12 Grad im Westen, sonst dort gerade Richtung Donauregion wieder eher drei bis etwa fünf Grad. Am Dienstag dann ebenso wieder sehr grau, ein bisschen Nieselregen in Richtung Norden bei in etwa gleichbleibenden Temperaturen. Und genauso geht es dann auch am Mittwoch weiter. Bloß an der Ostsee kommt dann mal vorübergehend ein bisschen öfter die Sonne raus. Bloß an der Ostsee kommt dann mal vorübergehend ein bisschen öfters. Und dann geht es das Koffers.